Na Monty gehst du Reste essen? Ja? Kalli, ich würde mich beeilen. Monty lässt nichts übrig. Gibst du dem Kalle auch was ab? Pass auf. Monty macht mal da sauber. Kalle kann da sauber machen, ok? So, Bani guckt schön zu, ob die beiden das auch richtig machen. Nee, Kalle will gar nicht so. Gut, dann macht Monty alleine. Dann kannst du auch noch den Teller putzen, Monty. Bisschen Teller schieben. Der Pixel, nun ist vorbei. Die lassen nichts übrig. Nee, kannst du davon ausgehen. Na los, Kalle mach, hopp. Das tut schön, hopp. Genau, unten drunter hängt auch noch was Monty. Schön alles sauber machen. Wird es denn gehen, Kalle? Wo willst du denn gehen? Hier ist noch nicht so viel. Wird es trotzdem da hin? Na gut, dann leg dich da hin. Der Pixel, da ist jetzt alle. Tja Schatzi, wo Fräulein fröhlich dran war, da ist nichts mit mir. Nächstes Mal wieder, ne? Ja. Die hat da auch nicht wieder was reingelegt. Alle, alle. Hast du fertig Monty? Ja? Alles bereinigt? Guck dir da. Hühlen, Barney. Warum guckst du denn jetzt so entrüstet? Hm? Du warst doch fertig. Hier passieren komische Sachen, Warbani. Ja. Die hat da auch nicht wieder was reingelegt. Alle, alle. Hast du fertig Monty? Ja? Alles bereinigt? Guck dir da. Hühlen, Barney. Warum guckst du denn jetzt so entrüstet? Hm? Du warst doch fertig. Hier passieren komische Sachen, Warbani. Ja. Was warst du? Schatz. Hühlen, ich hab's. Untertitelung des ZDF, 2020